Was ist einseitiger Tinnitus? Einseitiger Tinnitus bezieht sich auf ein Klingeln oder Summen in einem Ohr. Dies ist ein sehr häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Ohrenschmalzaufbau, akute Ohrinfektionen, Kopfverletzungen und bestimmte Medikamente können zu vorübergehendem einseitigem Tinnitus führen. Chronische Probleme stehen in der Regel im Zusammenhang mit schwerwiegenden Erkrankungen, wie zum Beispiel Morbosmeniare und krebsartigen oder gutartigen Tumoren. Die Behandlung von einseitigem Tinnitus hängt von der zugrunde liegenden Ursache ab, die meisten Fälle können jedoch mit einfachen klinischen Verfahren und Medikamenten gelindert werden. Ständige oder häufige Klingelgeräusche beziehen sich normalerweise auf Zellschäden im Innenohr. Sehr laute Geräusche, Kopf- und Nackenverletzungen, Betroffenes Ohrenschmalz und Infektionen des tiefen Gehörs können die empfindlichen Zellen schädigen. Daher können sie Geräusche nicht genau in elektrische Signale umwandeln, die im Gehirn interpretiert werden können. Beschädigte Zellen lösen irrtümlicherweise Impulse aus, die vom Gehirn als Klingeln oder Brummen erkannt werden, wenn kein Ton vorhanden ist. Andere mögliche Ursachen für unilateralen Tinnitus sind Tumoren, die Hörnerven oder Blutgefäße im Gehirn unterdrücken, angeborene Ohrknochenverformungen und chronische Erkrankungen. Die miniäre Krankheit ist eine schwere Innenohrstörung, die zu einseitigem Tinnitus sowie zu Schwindel, Kopfschmerzen und dauerhaftem Hörverlust führen kann. Einige Antibiotika, Chemotherapie und Malaria-Medikamente verursachen auch bei einer geringen Anzahl von Patienten vorübergehende Ohrentöne. Depressionen und übermäßiger Stress können bei manchen Menschen auch Tinnitus-Imptome auslösen, obwohl die Korrelationen von Ärzten nicht vollständig verstanden werden. Tinnitus kann von jedem anders erlebt werden. Manche Menschen haben ein lautes Klingeln oder Zischen im Ohr, während andere ein tiefes Brummen oder Brummen wahrnehmen. Der Ton kann sehr leise sein und das Gehör nicht beeinträchtigen, oder er kann laut genug sein, um alle anderen Geräusche zu unterdrücken. Es ist wichtig, immer einen Arzt aufzusuchen, wenn anhaltende Symptome eines einseitigen Tinnitus vorliegen, um sich Tests zu unterziehen und Informationen über Behandlungsmöglichkeiten zu erhalten. Während eines ersten Besuchs fragt ein Arzt normalerweise nach Symptomen, Anamnese und Medikamentengebrauch. Ein einfacher Gehörtest kann den Schweregrad von Tinnitus und Hörverlust bestimmen. Bei einer körperlichen Untersuchung können sich Ohrenschmalzansammlungen, Infektionen oder Verletzungen des Innenohrs zeigen. Wenn eine offensichtliche Ursache nicht entdeckt werden kann, muss ein Patient möglicherweise diagnostische Bildskanz durchführen und Blutproben entnehmen. Ein Arzt kann unilateralen Tinnitus, der durch Ohrenschmalz verursacht wird, durch Abwischen oder Spülen des Innenohrs leicht entlasten. Wenn Medikamente für Symptome verantwortlich sind, muss ein Patient möglicherweise die Medikamente wechseln oder deren Verwendung einstellen, wenn dies möglich ist. Depressionen, Morbosmeniere und Infektionen werden entsprechend mit speziellen Medikamenten behandelt. Menschen mit anhaltendem Tinnitus oder Schwerhörigkeit müssen möglicherweise Hörgeräte tragen.